Ich will heute gerade Hot-Pot essen und hier gibt's Schweine-Gehirn. Ich bin jemand, der alles irgendwie mal probieren muss und das gönne ich mir jetzt. Das kommt jetzt hier in den Hot-Pot rein. Das holen wir gleich wieder raus. Aber guckt mal, wie toll das Gehirn in so einer Ente serviert wird. Jetzt holen wir mal hier das Fertige raus. Die pure Weisheit. Jetzt mit Blitz und... Oh ja. Irgendwie nach Leber, aber der Gedanke dahinter ist nicht so klar.